Wir setzen uns dafür ein, dass die Menschen in Sachsen frei und vor allem sicher leben können. Deswegen schützen wir die Bürgerrechte im Freistaat und statt die Freiheit der Bürger durch immer mehr Überwachung einzuschränken, wollen wir eine bürgernahe und vor allem gut ausgebildete Polizei, die eben auch in der Fläche präsent und ansprechbar ist. Und um das Vertrauen in die Polizei wieder zu stärken, wollen wir eine Kennzeichnungspflicht und vor allem auch eine Beschwerdestelle im Freistaat Sachsen einführen.